Servus Performance Love Friends und herzlich willkommen zu diesem Video Vertus E Teil 1 und mit einer kleinen Überraschung Ja Performance Love Friends, wir gehen jetzt gleich zum Verlierer weil Gianni hat sich ein neues Spielzeug gekauft, ein C63 AMG das ist einfach unser Traumauto gewesen schon immer und ich habe mir gesagt, okay komm, das muss jetzt sein weil es ist der letzte V8 Motor und ja, seit drei Jahren spare ich auf das Auto hin, mach und tu deswegen arbeite von morgens bis abends, von Montag bis Sonntags und deswegen hat es jetzt einfach mal sein müssen der ist jetzt beim Verlierer, weil wir gehen ja zum Wörthersee und da habe ich gesagt, okay, da müssen wir irgendwas machen weil das Auto ist zwar echt schön, so mit dem Nachtpaket, mit dem Nightpaket und in diesem Permutweis aber das bin nicht ich, ist zu langweilig und deswegen bin ich bei der Firma Arnold Design die haben hier jetzt was gemacht, was designt ich weiß es selber noch nicht, ist das Überraschungsei und deswegen schauen wir uns doch mal einfach an, was die wieder gemeistert haben die haben übrigens auch den Victor gemacht das heißt, die haben ihn komplett selber designt und auch komplett umgesetzt und deswegen, auf geht's zum Verlierer ich sehe ihn schon ich sehe ihn tatsächlich okay, ich zeige es euch schaut euch das an Maestro und Junior sind gerade noch an der Arbeit die machen gerade noch irgendwas aber guckt euch das an ist das geil oder ist das geil? mehr geht nicht das heißt, wir haben hier ja, ich würde sagen, eine bodenlose Frechheit das Auto ist eine bodenlose Frechheit wie ihr schon von vorne guckt mega geil auch wenn man sich die Details mal anschaut allein dieser Stern mit dem Gold mit den Performance-Glor-Farben mega dann hier diese Marmor-Optik sieht es schon fast aus genial ich würde sagen, wir verkürzen das Ganze jetzt kommen hier noch ein paar Bilder und dann nehme ich euch mit ins Auto denn dann geht's ab zum Wörtersee bis dann, bis gleich Ciao Strom das ist das ist was das ist das ist das ist